Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiegelbierkanal. Leute, heute gibt es ein ganz, ganz besonderes Video. Wir spielen heute Fashion Famous in Real Life. Hey, ihr kennt das von Roblox, das zocken wir mit Nina immer. Da muss man sich ja immer passend zu einem Thema ein Outfit machen und auch anziehen und das werden wir heute in Real Life machen. Kathi ist natürlich mit dabei, das ist also was ganz, ganz Neues für dich vielleicht. Okay, für uns eigentlich auch. Wir sind schon Pro-Model, Kathi ist Amateur, oder? Heute habt ihr schon gesehen, es geht um das Thema Nerd bzw. Streber oder Streberin. Wer kann sich da am besten kleiden? Und ich würde sagen, ihr könnt, und natürlich, es gibt immer 5 Punkte oder 5 Sterne, ihr könnt in den Kommentaren natürlich mitmachen, wie viele Sterne oder Punkte ihr unseren Outfits geben möchtet. Und ich würde sagen, einer von euch kann auch gerne starten. Schnick, schnack, schnuck. Alles klar. Schnick, schnack, schnuck. Fuck. Das heißt, Nina wird starten, das läuft wie folgt. Wir werden jetzt erstmal den Raum verlassen. Du zeigst unseren Zuschauern schon mal das Outfit, noch nicht angezogen. Dann ziehst du dich um und wir werden dich hier im Catwalk entgegennehmen. Oh Gott. Okay, das heißt, wir sind jetzt erstmal raus. Du zeigst das Outfit, ziehst dich um und dann starten wir. So sieht es aus. So, ihr könnt jetzt zuallererst mein Outfit begutachten. Fangen wir mal mit dem unteren Teil an. Das ist so ein richtig langer Skaterrock in so einem karierten Muster mit schwarz und grau. Ich dachte, das passt ganz cool zu dem Thema. Dann haben wir hier natürlich meine Brille, die habe ich jetzt abgelegt, aber das ist dann meine nerdige Brille. Außerdem mit den Haaren muss ich noch was machen. Da werde ich nämlich mir gleich so zwei Zöpfe machen. Deswegen habe ich hier noch zwei Haargummis, auch in unterschiedlichen Farben. Dann so ein, ja, ich sag mal Crop Top Pullover, also Crop Pullover mit Los Angeles. Ob das nerdig ist, weiß ich nicht, aber ich finde, das passt ganz gut zusammen. Und damit ich nicht so friere, habe ich noch einen Leggings dabei. Okay, wir sind soweit. Uh, Nina. Ich habe auch einen coolen Backpack dabei. Ich würde sagen, ich mache das wie bei Roblox, erst mal ein bisschen skieren. Ja. Winken, wiegt mich, wiegt mich, ich bin ein Nerd. So, zu meinem Outfit. Die Schuhe hatte ich eben schon an, da ich habe jetzt keine extra Schuhe mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ein, ich sage Crop Top Pullover, ich habe das so genannt. Einen kurzen Pullover, Los Angeles Schriftzug. Dann habe ich einen Skater Rock kariert, so ein bisschen länger. Und eine schwarze Leggings, damit ich nicht so friere. Und natürlich mein Rucksack auch am Start. Den habe ich aber vorhin nicht gezeigt, den habe ich sowieso immer dabei. Ich habe eine nerdige Brille und dann, ja, so Zöpfe, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal getragen, als ich drei war. Genau, Mama wäre stolz auf mich. Das ist mein Outfit. Das ist dein Outfit. Kathi, wie viele Punkte gibst du dafür? Also von eins bis fünf und eins ist nicht so toll und fünf ist sehr gut, oder wie? Ja, genau. Okay, ich würde vier Punkte geben. Ich finde es sehr gut, aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die man eventuell noch optimieren könnte, aber, ja. Das sind bestimmt die Haare, Kathi ist doch Haarspezialistin. Ja, genau, ich bin Haarspezialistin und die Haare, ich kann das halt nicht so gut, außerdem hatte ich keinen Kamm. Okay, dann kommen vier Punkte von dir. Ja, muss Kathi auch sagen, was ihr noch gefehlt hätte zu fünf Punkten nehmen. Nein, muss man nicht. Das ist ja bei Roblox, eigentlich. Okay. Wollte ich gerade sagen, ich gebe dir drei Punkte. Drei Punkte? Ja. Das kriegst du zurück. Weil der Pulli ist mir ein bisschen zu cool. Ja, die Nerds sind ja auch manchmal zu cool. Ja, natürlich, 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 aber ich weiß nicht, zu dem Outfit hätte vielleicht eine andere Pulli besser gepasst. Die Frisur gefällt mir wirklich sehr, sehr gut eigentlich. Also die Kombination ist gut. Ja, der Rock auch okay, aber wie gesagt, das Gesamtding ist natürlich cool. Aber da hätten mir noch ein bisschen was gefehlt, um es an fünf Sterne heranzuhaben. Aber drei Sterne ist ja auch gut. Na gut, ich bin trotzdem zufrieden. Du hast sieben von zehn, Punkt. Ja, ich hätte mir zehn gegeben. Ja, das ist ja normal. Okay. Okay, wer kann die denn als nächstes Mal kaufen? Nee, ich mache jetzt als nächstes. Okay. Ich mache mal weiter. So, dann zeige ich euch jetzt mal mein Outfit. Okay, dann schauen wir uns mal mein Outfit an. Ich habe gewählt eine etwas, ja, overdressed Hose wahrscheinlich für die Schule. Die ziehe ich normalerweise so bei Hochzeiten und so besonderen Angelegenheiten an. Aber gut, okay, der Look hat sich natürlich geändert. Aber das ist für mich nicht gerade alltäglich. Dann natürlich ein Hemd, das darf bei einem Mörd nicht fehlen, bei einem Streber. Eine Fliege, Hosenträger und eine Brille. Ja, das Outfit werde ich jetzt mal versuchen und mal gucken, wie es aussieht. Dein Auftritt. Hallöchen. Oder sollte ich sagen, guten Morgen. Oh Gott. Ja, der ist da, der Einsatzschüler. Das ist auch nicht, wenn der mir nochmal nicht eingezogen ist. Ja, so sieht es auch aus. Das ist halt nicht so ein privaten Video irgendwie. Ja, da hatte ich auch schon mal einen Streber gespielt. Ja, ich kann euch ja mein Outfit mal jetzt so ein bisschen erklären. Also, natürlich eine Schultasche. Ich hätte natürlich einen besseren Rucksack noch dabei gehabt. Oder vielleicht eine Lederhandtasche. Ja, genau, so ein Koffer. So ein Koffer wäre besser gewesen, aber den hatte ich jetzt nicht dabei. Natürlich. Hosenträger. Die Fliege darf nicht fehlen. Eine schöne Brille, obwohl ich keine Brille brauche. Aber als Streber brauche ich natürlich eine. Ein Hemd. Warum auch nicht in der Schule? Dann diese Hose hier. Würde ich in der Schule wahrscheinlich so auch nicht anziehen unbedingt. Also nicht in dieser Kombination. Siehst aus wie so ein altmodischer Physiklehrer. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, schon fast der Liebling der Physiklehrer. So, wenn es um Experimente geht. So, das ist mein Outfit. Wie viele Sterne, wie viele Punkte gibt es? Thema war ja Nerd, ne? Das ist ja auch eine Konzentrationssache. Das hat sich immer an. Ja, ich habe ja eben auch bei Nina zuerst die Punkte vergeben. Ja, aber ganz kurz. Meine Haare konnte ich natürlich nicht ändern, sonst hätte ich die schön platt gemacht. Aber das geht jetzt nicht. Da ist so viel Haarspray drin, das kriege ich mich raus. Karl, ich muss zugeben, Ninas Outfit gefällt mir etwas besser. Deswegen gibt es für dich drei Punkte. Soll ich dir sagen, was mich extrem stört? Ja. Dass das Hemd gestreift und die Hose kariert ist. Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Fashion Fauxpas. Fashion Fauxpas, genau. Okay. Kann man auch halbe Punkte geben? Nein. Okay. Dann ist Nina dran. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon nerdig aus. Ich gebe ihr vier Punkte, glaube ich. Ja, danke schön. Damit ist leisternd bei euch beiden, ne? Ja, damit haben wir beide jetzt sieben Punkte. Okay. Kannst du öfter so rumlaufen? Ja, ich glaube, ich glaube. Also ich habe nichts gegen dieses Outfit, aber das ist gerade ein bisschen overdressed für ein Video, glaube ich. Aber heute passt es. Jetzt bin ich noch dran, ne? Kati, jetzt bist du noch dran. Auf geht's. Ihr dürft natürlich mein Outfit auch vorher sehen. Und das habe ich jetzt hier mal so hingelegt. Ich habe eine weiße Bluse, dazu so eine blaue Strickjacke, die ist so ein bisschen kürzer, da werde ich wahrscheinlich die Ärmel so hoch machen, werdet ihr gleich sehen. Eine goldene Uhr und ich habe noch als kleines Accessoire mein iPad mitgebracht, das werde ich mir dann so unter den Arm klemmen. Außerdem eine Mütze und eine Brille. Ja, ich dachte, ich interpretiere das Ganze so ein bisschen so als cooler Nerd. Hose habe ich schon an. Das ist so eine etwas kürzere, die hat so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so eine rauhe Oberfläche. Ist so ein bisschen, ja, so gerade geschnitten und diese schwarzen Turnschuhe werde ich auch dazu anlassen. Wie das Ganze gleich aussieht, ja, das seht ihr gleich. Wir wollen dich sehen. Uuuuh. Du hast sogar mit einem iPad aus Wasser geklaut. Das habe ich mitgebracht extra als Accessoire. Tadaaa. Ich habe einen Rucksack auf, ich habe einen iPad dabei, ich hätte mir noch ein paar Bücher unter den Arm stecken können, aber ich dachte, ich bin ein cooler Nerd. und ansonsten, ja, ihr seht, weiße Bluse, Strecklöcke, genau, Cardigan, eine Nerdbrille und eine Nerdmütze. Ja, ich finde, du siehst so ein bisschen nicht so aus wie eine Schülerin, sondern eher wie so eine Studentin. Oder eine Lehrerin eher schon fast. Ja, aber auch so ein bisschen Hipsam-mäßig. Ja, genau. Ja. Cool auf jeden Fall. Nina, was sagst du? Ich finde es schwierig. Also, also nerdig sieht es irgendwie aus, aber ich finde, die Mütze macht es irgendwie so cool. Ja, ich habe das Ganze als cooler Nerd interpretiert. Ich würde drei Punkte geben. Hm. Ja, ich bin tatsächlich, ich finde es richtig, ich finde es richtig cool, Tati. Ganz Geschmack getroffen. Definitiv. Ich glaube sogar, ich würde in diesem Fall fünf Punkte geben. Wow. Ja. Eigentlich, eigentlich würde ich vier geben. Eigentlich vier. Aber ich finde, das iPad, Auge aufs Detail, das hatten wir beide ja nicht. Ey, ich hatte da aber ein iPhone. Das hast du gar nicht gezeigt, aber so als. Das ist aber eine Hand. Ja, aber das ist ja ein wirkliches Accessoire. Mit einem iPad läuft man ja nicht rum. Deswegen gebe ich tatsächlich fünf Punkte heute an, äh, Kathi. Und damit haben wir eine Gewinnerin sogar. Ja, wollte ich gerade sagen. Habt ihr meinen iPhone gar nicht gesehen? Ich hatte das die ganze Zeit in der Hand auf dem Lauf stehen. Ja, kann sein, aber ich habe das jetzt nicht so als Accessoire wahrgenommen. Klar hat kein Auge für das Detail. Du hast doch immer ein iPhone in der Hand. Eine Fashion Famous-Siegerin und zwar bei dem Thema Schwäberin. Ja, cool. Wir beide hatten ja sieben Punkte, das heißt, wir teilen uns den zweiten Platz. Ja. Auch kein Problem. Wir haben alle gewonnen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welches Thema wir noch bei Fashion Famous machen sollen. Ne, schreibt es gerne rein, werden wir definitiv machen. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen hoch. Gerne einen Daumen hoch, macht kein Problem. Also mir hat es Spaß gemacht. Ihr auch. Ich würde dann nochmal mitmachen. Ja, ich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ganz fleißig Kommentare schreiben, ne. Ciao. Tschüss. Tschüss.